Wir sind jetzt am Ausstellungsstand von Fretze Mundräume und neben mir sitzt die Pauline und sie erzählt uns jetzt mal, was Fretze im Vergleich zu anderen Herstellern ganz besonders macht. Ja, sehr gerne. Schön, dass ihr da seid erstmal. Was Fretze besonders macht, sieht man ja eigentlich schon, wenn man auf den Stand kommt. Wir sind mal ganz froh, um uns herum sind die Stände immer eher ein bisschen gedeckter, ein bisschen minimalistischer und wir versuchen natürlich dahin so ein bisschen so einen Gegenpol zu schaffen, uns eben diese Nische zu suchen der Leute, die eben ja auch sehr expressiv wohnen wollen, die sehr emotional wohnen wollen. Also unsere Sofas haben ja auch eben alle Namen, also unser Claim ist ja auch True Characters, also echte Komiteire. Und das gilt eben nicht nur für die Leute, die bei Bretz arbeiten, sondern genauso für die Sofa-Entführerinnen, die versuchen eben Mitbewohner zu schaffen, Lieblingsstücke zu schaffen, die ja irgendwie auch wirklich ein halbes Leben oder ein Leben lang mit, also euch begleiten sollen. Ja, eine andere Alleinstellungsmerkmal ist natürlich die Farb, also die Farbigkeit, die wir haben. Ja, unser Stand dieses Jahr trägt ja auch den Titel True Colors, also in Annehnung auch an True Characters. Also Farbe bekennen, zeigt eure Farben. Wir sind nicht alle grau, wir sind nicht alle gleich und jeder sollte irgendwie bei uns sein Gegenstück quasi benutzen. Bis zum nächsten Mal!